Wir machen heute aus diesem hier und aus diesem hier das schärfste Ei der Welt. Man sieht da... Lasst hier gerne ein Däumchen nach oben da und ein kostenloses Abo. Und heil euch gekommen bei TZ Schubech. Ja Freunde, wir kommen zu einem neuen Blindruff Battle. Und zwar geht es heute auch um diese Soße. Wir haben schon viele scharfe Sachen gegessen, sei es Hotchips, sei es irgendwelche Bohnen oder sonst irgendwas. Aber der eine oder andere kennt noch diese Soße. Die hat zwar 500.000 Squires angegeben, das sagen wir der eine. Das ist aber schon krank, 500.000. Aber diese Soße zerstört alles, Jungs. Das ist mit Abstand einer der schärfsten Dinger. Ihr habt es im Intro gesehen, als ich die Dinger mal auf die Zunge bekommen habe. Der eine oder andere aus Timos Familie, esst gern scharf, hat die Soße ausgelacht. Ein Tropfen verändert alles in deinem Leben, was du je kanntest. Und wir werden heute Differenz... Ist die noch groß? Kaputt oder was? Ich weiß es nicht. Ja Freunde, 500.000 Squires, da würde der eine oder andere sagen, ist geistkrank scharf. Aber vom Verhältnis her, sag ich, das ist eines der schärfsten Dinge. Ja, guck dir meine Augen an, ich hab das nur ausgespült auf heißem Wasser, der Dampf ist hochgegangen. Mir direkt in den Hals. Auf jeden Fall Blind Draft Differenz, der Verlierer bekommt die Differenzpunkte an Tropfen auf dieses Ei. Das wird in der Mitte abgeschnitten, Tropfen drauf. Und dann muss man einmal reinweisen, ich sag euch ehrlich, ich kann alles essen. Aber bei Eier von der Konsistenz, da kommt mir das Wirksen hoch. Also das ist heute, wenn ich da verlieren sollte, für mich Doppeltat. So Freunde, ein klassisches Blind Draft, es gibt nichts zum Extrapunkt Schnick, Schnack, Schnuck. Der Gewinner darf sich aussuchen, wer beginnt. Hab ich schon kaputt gemacht. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich leg vor. Oh Gott, Jungs, wirklich. Die Soße ist die Ausgeburt des Teufels, zeig ich euch wirklich, wie es ist. Simao ist blind? Ja. Draft Token? Nee, ich mach einen Draft Token. Nein, 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 darfst du nicht, es gibt nur einen Draft Token. Ja, FIFA Points, Aufstellungen sind da. Aufstellungen, ja, wie gesagt, ist schwierig, ne. Komische Formation, aber ob es am Ende des Tages ausmacht. Äh, nehm mir mal die Eins mit und guck grad mal, aber es müsste eigentlich alles auf Aufnahme sein, ne, dass es jetzt voll lauter läuft. Digga, ich hab irgendwie diesen Geschmack jetzt voll drin, ne. Das, du, du kollabierst da hinten. Okay, also mal gucken, es sieht aber so aus, wie zeigt man, was Gutes dabei, gib mir mal ein bisschen Feedback. Nee, ich denk's Gutes, Buchanan, ne, ein Foden, also ist wirklich ganz, ganz schlecht. Die Zwei passt auch nicht, das wäre ein Manet gewesen. Hä, was für ein Fahrer, das ist. Das ist eine ganz komische Formation, aber du kannst auswählen, 1, 3, 4 und 5. 1, 3, 4 und 5, dann nehm ich die 5. Pack ich dir ein und der hatte eigentlich auch schon seine Position changen müssen, also doch schon sehr, sehr krass. Rocio Galvez, Inga son di miestri. Ich sag euch ganz ehrlich, es kann ein Bruch werden bei dem Planning Fall. Da sind ja wieder aktuell Icons drin, derjenige, der eine Icon kriegt, hat wahrscheinlich Glück. Ich nehme jetzt mal die Zwei mit. Das hört sich ja schon noch gar nicht gut an bei mir, warum hab ich angefangen? Das verstehe ich aber tatsächlich halt auch nicht, ne. Ja, nichts besonderes, ne? Bataillé, Tavanié. Drei. Pack ich hier ein. Wir gehen mal... hier hin. Hier ist normal auch nie was Gutes. Ja, wird sich bestätigt, ist nichts Gutes. Eins. Das habe ich eh aktuell. Weil ich gerade einen Trailblazer nicht angesagt habe. Jungs, wir haben es ja gesagt, Trailblazer müssen nicht mehr angesagt werden. Robert André ist in der Auswahl. Oh, der neue Zenturion. Wo wir jetzt aufnehmen, gibt es den ja noch nicht, aber da möchte ich die drei. Da sitzt er nämlich. Der Achich. Robert Achich. Das ist kein Achich. Schade. Dann haben wir den Steffen, Spencer, Gnöck, Busch-Chan. Die vier. Spencer hat er. Komm, wir trauen uns mal hier hin. Das ist eine ziemlich wichtige Position. Mal gucken, was hier abgeht. Und jetzt kommt der lecker Scampicker. Santos, Lee Kang-In. Okay, ja. Ich bin die Eins. Okay, packe ich dir ein. Perfekt. Das ist... Ich habe so... Ja, okay. Was haben wir denn hier? Ein Gudeli, Coq, Le Normand, Ercheck. Le Normand. Vier. Gar kein gutes Gefühl. Wieso beginne ich? Aber letztes Mal war Beginn gut. Latwein habe ich am Start. Ein Tolisso. Zwei. Packe ich dir ein. Das sieht bis jetzt echt sehr gut aus. Aber die Auswahl, sag ich euch ehrlich, ist auch bodenlos. Wir haben eine Quinn am Start. Ein Zinchenko, ein Takjafiko. Vier. Packe ich dir ein. Und was machst du? Weg dich mal eh nicht so viel da rum, Digga. Was ist denn das? Ich bin nur da dran gekommen. Du kannst eh nichts sehen. Wir haben Gerasi. Oh, Gerasi. Special oder normal? Special. Zwei. Ist er leider nicht. Ich vervollständige automatisch. Also das sieht wirklich gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht gut aus. Controller ist bei dir. Ja. Timer. Warte, ich muss noch suchen. Drei, zwei, eins. Let's go, Digga. Okay, Timer. Bei mir auch bitte mal ehrlicherweise starten, Digga. Das sieht halt, der ist halt wirklich big, Digga. Und damit bringst du halt schon so viel Brot nach Hause. Das ist schon krank. Das ist wirklich schon krank. Aber jetzt wird es schon langsam echt ein bisschen hässlich, ne? Was du da noch irgendwie stellen kannst. Die Bremelig hatte ich halt einfach wieder gut im Rucksack, Digga. Aber sonst wird es halt wirklich sehr, sehr schwer. Sonst wird es sehr, sehr schwer. Oh, irgendwo war der Plus gerade. Wo war der denn? Hä, wo war der denn Plus, Digga? Wir hatten sogar das gerade eben Plus. Scheiße, Digga. Boah, das wird richtig böse, Digga. Das wird richtig böse. Du hast noch zehn Sekunden, Digga. Okay, dann noch ein engländer Punkt. Gibt keinen extra Punkt, ne? Nicht vergessen. Ey, es gibt keinen extra Punkt, ne? Ja, ja. 12-Laser ist kein extra Punkt. Dann geht's weiter. Was haben wir noch? Du kannst halt schön auf den Bremelig gehen. Das ist halt wirklich sehr, sehr stabil. Wir haben noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Da haben wir noch. Da hast du noch ein bisschen was, Digga. Aber 23 ist schon ein Pick, Digga. Nee. 23 ist schon ein Pick. Kein IV mehr. Du konntest halt nur auf die Bremelig gehen, Digga. Ja, ich hätte keinen IV. Gut, ZOM hätte ich was mit... Ah, da hätte ich mehr machen können. Mit Klausi. Scheiße. Mit Klausi und Tolisso. Aber so schnell bin ich ja nicht reingekommen. Ich weiß halt auch nicht, ob halt Ding bei dir einfach Bundesliga gegangen wäre. Auch mehr. Weil der Torhüterin hat ja nur einen Punkt. Klar, wegen Tottenham. Aber du hattest einen Riemann. Du hattest einen Reus. Ja, beim Reus. Guck mal, Reus. Du hattest einen Mahlen. Reus, ZOM. Mein Doku ist auf komplett... Das hätte ich, wenn... Aber den habe ich zu spät gesehen. Mit Tolisso. Das hätte mehr gebracht. Aber... Ja, okay. Ich glaube, ich hätte es so verkehrt. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, viel Premier League gehabt. Ja. Mit Rashford auf der Wange ist halt schon lächerlich. Aber okay. Manager? Äh... Das würde mir noch was bringen. Engländische Premier League Manager würde mir noch was bringen. Ich nehme mal die 2 mit. Die 2. Bis jetzt hat ein Manager noch nie geregelt. Ach nein. Der letzte wäre es gewesen. Oh, Alter. Der letzte hätte ja so reingeboostet. Fuck. Mit Argentinien. Und der... Ah, Einer. Okay. Die 2 hattest du. Ja, schade. Aber ich sage ehrlich. Das ist sehr, sehr solide, Digga. Du hattest echt eine Muchauswahl. Der Foten hat es halt am Ende geregelt, ne? Der Rashford, ne? 105. Ist okay. Ist okay. Schade. Nur mal ganz kurz zum Gucken. Das hätte wahrscheinlich mehr gebracht noch mit dem Tolisso. Und, ähm... Ne? 105 bleibt ja. Klaus hinten rein. Jetzt ein Tolisso. Mist, 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 Mist. Ganz hinten sitzt er. Den habe ich nicht gesehen, ey. Oh, 100. Oh, 100. Oh, 100. Oh, 100. Nee, okay. 105 mit damit. Okay, Freunde. Ne 105 gilt es zu schlagen. Ich habe ein bisschen Angst. Die letzten Blind Drafts sah ich persönlich nicht so gut aus. Hatte, sage ich aber auch sehr viel Pech. Und Timau, wenn ich mir überlege, den eine Ding, der hatte sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Ich breche dich jetzt hier an. Aber wir gehen rein. Deine Aufstellungen sind da. Ich sage dabei ehrlich, 105 kann schon eine böse Differenz werden, ne? Also eigentlich jetzt für mich runter, ne? Ja, aber die Aufstellungen sehen gut aus, sage ich dir ganz ehrlich. Pfff. Aufstellungen ist eh egal. Ich nehme mal die zwei. Pfff. Pfff. Eigentlich eine schöne Auswahl, muss man ehrlicherweise sagen. Eine Dame ist am Start. Die vier. Alles klar. Nehmen wir den direkt mal mit. Der setzt sich da auch mal direkt hin. Dann gehen wir mal auf die Position. Ja, nur Non-Rare-Karten. Aber gute Ligen. Frauen sind auch dabei. Ist halt immer ein bisschen schwer, die dann so rein zu bekommen. Aber ja, Auswahl ist... Drei. Alles klar. Pack ich dir ein. Gehen wir mal auf die Position. Da bin ich mal gespannt, was sie jetzt hier zeigen. Aber auch hier, Chad. Also was ist das? Es ist nur Non-Rare-Karten. Nur Non-Rare. Wabbel hier auch. Kriege ich auch paar Namen oder gar nichts? Ich kann dir ein paar Namen geben. Du kannst... Gordon kannst du einpacken. Du hast einen Karlsson vom Dach. Ja, die gute alle Karlsson. Der ist dabei. Aber auch ein Mudrik wäre da. Und auch ein Bernhard, der auch in der griechischen Liga. Bei Paladinalkos rennt darum. Eins. Nummer eins. Packen wir dir ein. Somit hast du dir auch eine neue Liga reingeholt. Neue Liga, neues Glück. Das ist ja immer wunderbar. Dann gehen wir mal auf die Position. Auch, Dicker, es ist nur Non... Ich habe noch keine. Okay, bei seinen Captains vielleicht. Aber ansonsten nur Muck-Karten. In Hartate kann ich dir anbieten. Ich glaube, die haben die echt wieder schwächer gemacht. Immer wenn wir Hellspin aufnehmen wollen auch. Ja. Billing kann ich dir anbieten. In Swanberg kann ich dir anbieten. Dicker, es ist Muck. Es ist einfach Muck, ne? Ist das krank? Neue Liga, neues Glück. Alles klar. Wir gehen mal hier hin. Da hast du jetzt mal Rare-Karten. Das ist jetzt nichts besonderes. Okay. Aber auch eine Inform-Karte ist am Start. Die gute Fromms ist da. Zwei. Boah, ich habe das immer noch am Hals hängen. Das ist klar. Das Zeug ist wirklich zu krass. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Eigentlich auch schöne Auswahl. Vor allen Dingen im Free Premier League. Das finde ich ein bisschen nerven. So ein Fernandes-Neikaster am Start. Enzo, oder? Ja. Drei. Wie krank ist das? Macht mir hier wieder ein bisschen Angst, Chat. Soll ich es nach unten machen? Macht mir hier wieder ein bisschen Angst. Soll ich es nach unten machen? Es macht mir hier wieder ein bisschen Angst, Chat. Ich sage es euch. Äh, ja. Nächste Positionen sind da. Und ja, du kannst auswählen. Zwei. Das ist immer wichtig jetzt hier. Aber das andere tat schon wieder richtig weh, sage ich dir. Da hast du wieder ins Schwarze getroffen. Kaum ist die Uhr unten, Jungs. Es bleibt ein Mysterium. So, äh, nächste Positionen sind da. Immerhin mal keine Premier League. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Fünf Mal, komm. Jawoll, neue Liga, neues Glück. Das hier wird doch grad schön. Aber ich sage, die haben die Drafts wirklich runtergefahren. Das ist halt wirklich geisteskrank, ne? Das ist halt wirklich geisteskrank. Oriel, Romeo hast du am Start. Hasagawa hast du am Start. Drei. Ich sage auch, die haben die wieder komplett runtergeschürft. Hasagawa! Hasagawa! So, dann gehen wir hier auf die Position auf. Nur noch mehr. Ja, es ist nur ein Hüsey, ein Levasör kann ich dir anbieten. Eine Levasör, ein Riason von Dortmund ist auch da. Zwei. Alles klar. Also das ist ja wirklich, das könnte wirklich gut sein. Ich kann ja, äh, ein Cook, eine Frau Cook kann ich dir anbieten. Sind sie auch auf der Fünf wie bei dir? Weiß ich nicht, kann sein. Ja, safe. Kann sein, ja. Ja, weiter. Ja, sonst ist nichts da. Drei. Okay. So, ganz ehrlich, bester Call in 2023. Die Frau Cook sitzt auf der Fünf. Nein. Oh, die hat doch auf der Fünf gehockt, meine ich. Äh, gut. Wir machen hier Autovervollständigung. Gucken wir uns das ganze Projekt hier mal an. Ähm, drei, zwei, eins, let's go, mein Freund. Ich drückte halt immer früher. Ich hab ja früher, ich hab genau gedrückt in dem Moment, wo die die Maske absetzen. Was ist denn das eigentlich für eine Scheiße? Wo kommt der her? Digga, was ist denn das für eine Kacke? Das bricht mich ja wieder schon komplett. Und die Frau Cook würde ich dir halt auch da reinholen, sag ich dir ganz ehrlich, ne? Weil die war ja wirklich einwandfrei, Zimmo, die Frau Cook. Die Frau Cook war einwandfrei, ne? Die würde ich da reinmachen. In Diaby. Oh, und jetzt kommt er auch noch mit einem Springer da hinten rein. Guck mal, dann würde ich mir den noch reinsetzen. Du hast einen DePaul, der auch perfekt in die Mitte passt. Den würde ich mir reinmachen. Und Hasagawa sitzt auf ZDM, würde ich mir nochmal hier einpacken. Und da passt er leider nicht auf MS. Das ist aber traurig, sag ich dir. Das ist aber schade. Mal nach Zahlen vielleicht nochmal reinmachen. Die... Ja, viele Frauen hat er da. Die Frau Rauch vielleicht hinten noch rein. Viele, viele, ne? Du hast noch 18, noch 17, noch 16. Aber was ist das eigentlich für eine Frechheit, dass du einfach ein Ding bekommst, Digga? Weil wie gemein ist denn das bitte, dass du einfach da oben ein Yasinio kriegst, ja? Das ist ja... Also, er kriegt wieder Icons. 5, 4, 3, 2, 1, 1, und da ist es zu Ende. Boah. Das hat mir gelangt. Scheiße. Digga, wo kommt denn dein Yasinio her? Aber trotzdem hatte ich eine Muchauswahl, ne? Ja, geisteskranke Muchauswahl. Ich kann viele, wirklich viele, viele Frauen. Ich glaube, ich habe das Beste schon rausgeholt. Du hättest mit deiner engländer Frau vielleicht noch ein bisschen arbeiten können. Ich weiß es nicht, aber... Ja, das weiß ich auch nicht. Weil die hatten halt auch schon 2 Chemie, ne? Da wollte ich jetzt auch nicht irgendwo groß rumfingern, ne? Mit der Quiz sonst, ne? Die hatte ich am Anfang drin, ne? Die hat weniger Chemiepunkte gegeben. Ja? Schwierig, schwierig. Wir gucken mal, ob ein Manager dir noch was bringen würde. Premier League Manager, nein. Französischer Manager ist der Liga, nein. Italienischer, nein. Frauen Liga würde dir was bringen. La Liga würde dir was bringen. Ja, Nation wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Okay, dann nenn mal eine Nummer. Äh, 4. Oh, was verrückt ist heute. Ich habe gar keine Ahnung. Wow. Spanien ist in Frauen Liga, aber das ist... Hättet ihr einen Punkt gegeben? Keinen Punkt? Ich hätte auch einen. Einen Punkt. Du hörst ja die 4, ne? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, bei was du bist. Ich hatte eine 105. Ich dachte nur eine 103. Das ist einfach... Ja, das lag nicht auf 100. Boah, ich habe es gewonnen, Freunde. Ich habe es gewonnen, aber ein Differenzpunkt nur. Eben einfach, das ist krass. Das ist geisteskrank. Das ist krass. Aber ich bin einfach froh, dass ich das nicht machen muss, weil selbst ein Tropfen davon ist hart. Das ist krass. Okay. Wir schieben mal einen Zebra, dann kann ich das schieben. Den Kamerad. Boah, die ist so scheiße scharf, Mann. Die ist so scheiße scharf. Kennen die eigentlich schon deinen Trick? Ei aufklatschen? Drehen? Kennst du den? Hm, ich esse keine so Eier. Geht wieder, ne? Ja, ja. Oh, die machen voll. Ich habe sie frei gebrannt. Braucht ein Messer, oder? Ne, ich weiß nicht. Ach so, du esst ja auch so Ei. Kann man mal plus eins hier rein. Esst ihr Eier? Also ich esse nur Rührei. Ich gebe euch jetzt wirklich einen Call, ne? Ei, erster Stelle mit Maki, zweiter Stelle mit Senf, dritte Stelle mit Salz. Boah. So ein Ei ist geil. Die Konsistenz, ne, gar nicht. Deswegen, ich kann auch kein Rührei, was noch so glibbermäßig ist. Boah. Das mache ich jetzt auch nicht unbedingt. Und du weißt, ich bin eigentlich, was Essen angeht, sehr unkompliziert. Aber... Digga, du hast Ziege hier gegessen. Aber das da... Guter trinken übrigens. Ja, die sind hart lecker. Sechseinhalb Stunden später. Nächster Tag. Noch einen Einblender, oder? So lange später, dass es dem Erzähler zu langweilig wurde und wir einen neuen eingestellt haben. Gibt's das? Ja, gibt's. Franschmann auf die Eins. Ich will noch ein bisschen Reste entfernen, Resteverwertung machen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Gar keinen Bock auf die Schafe. Dreckszeug. Digga, das hätte aber anders ausgehen können, ne? Ich hätte ja auch mit, keine Ahnung, mit Differenz minus 10. Der Manager, ne? Hat sich nochmal rausgerollt. Der hat nur mal einer gespart, ne? Legst du das dann weg, oder isst du das? Okay. Gut. Ich habe meine Pipette gefüllt. Da ist es drin, ja. Einen Tropfen drauf. Und die ist krank scharf. Boah, wie die einzieht, Digga. Wie die einzieht. Jungs, ich sag euch ehrlich. Digga, wie riecht die denn auch schon? Digga, ich sag, die ist wahrscheinlich auch schon immer mehr gut. Und das schmeckt halt auch so eklig, das Zeug. Das kommt noch dazu. Ja, ist weg. Ist weg, ist weg, ist weg, ist weg, ist weg, ist weg. Jungs, ich sag euch, wir haben wirklich so viel schon gegessen. Wir wissen gerade ich, Hotchip schon, den hat der Timo in der Necke gegessen. Und diese Soße ist wirklich die... Das ist die Killersoße. Das hier ist die Killersoße. Alter. Digga, die ist so scharf. Ich hör, das ist ein Tropfen der. Das ist nicht normal. Man muss dazu sagen, ich weiß, heute der Timo ist eine Co-Sangs-Familie, die essen gern scharf, kloppen gern Sprüche. Wir hatten an einem Geburtstag von unserem Sohn Currywurst gemacht. Und da hatten wir diese Soße am Start. Und deine Co-Sangs alle so... Ist nix. Ein Tropfen, die waren alle nächsten Tag, die waren fertig, Freunde. Die waren einfach fertig. Digga, ich sag dir ehrlich, wenn das jetzt eben mal 5, 6, 7 kommt, ist vorbei. Streamt heute Abend vorbei, wäre vorbei gewesen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr vielleicht nochmal Differenz sehen wollt. Wir sind raus, Freunde. Haut's da rein. Ciao, ciao. Ciao.